Hi, ich glaube, ich habe noch nie so viel Cooking-Content auf YouTube geschaut wie aktuell. My name is Amdong, Alex French Guy Cooking, Binging with Babish, Bro Home Cooks. Ich kann davon nicht genug kriegen. Und was ich besonders interessant finde, ist immer, wenn die fremde Rezepte aus anderen Ländern ausprobieren und dann gucken, wie das schmeckt, weil man dann neue Sachen kennenlernt, die man so vorher nie gekocht hätte. Und deswegen probiere ich jetzt 10 Sandwiches aus 10 verschiedenen Ländern und gucke auch, ob ich das überhaupt hinbekomme. Das wird auch spannend bei manchen Sachen. Kleiner Disclaimer noch, die Hälfte davon ist vegetarisch und falls ich irgendwas falsch ausspreche oder ihr Landsmann von einem Land seid und wisst, wie man es noch besser machen kann, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Gut, wir starten einfach. Es geht nämlich in die USA. Ich hätte allein ein ganzes Video nur über die USA machen können, aber ich glaube, so der Klassiker ist das Grilled Cheese Sandwich. Also, für das Grilled Cheese braucht ihr ein schönes fluffiges Weißbrot und bestreicht da erstmal beide Seiten schön dick mit Butter. Dann macht ihr eine Pfanne heiß. Ein bisschen Öl in die Pfanne, damit es nicht anbrennt und dann die Brotscheiben mit der gebutterten Seite nach unten. Ich habe es jetzt mal mit Cheddar und Gouda gemacht, aber ihr könnt natürlich den Käse nehmen, den ihr am liebsten mögt. Und jetzt wartet man, bis der Käse so leicht anfängt zu schwitzen. Dann kommt der Flip. Ah, ja, okay, ganz gut. Und nochmal drehen, damit es von der einen Seite nicht zu dunkel wird. Ah, das war fast schon ein bisschen zu lang. Aber da jetzt seid ihr fertig. Okay, das ging jetzt echt schnell. Sieht richtig geil aus. Und genau so habe ich mir die Struktur auch vorgestellt. Richtig schön weiß innen drin und kross außen. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass das jetzt nicht schmeckt. Ist einfach so gut. Das war nicht das letzte Mal. Ist halt Käse und Fett und sonst nix. Kein Wunder, dass das mega gut ist. Warum habe ich mir das noch nie gemacht, ey? Eins habe ich am Anfang noch vergessen. Ich werde jetzt nicht bei jedem Sandwich genau erklären, wie es geht. Genaue Beschreibungen und Rezepte und Videos in der Videobeschreibung. Weil manche sind ein bisschen komplizierter und das würde in den Rahmen sprengen. Wenn du dir jetzt aber Originalrezepte durchliest, dann nehmen die für den Käse meistens American Cheese. Ich habe in Foren gelesen, dass was am ehesten an den American Cheese drankommt bei uns in Deutschland ist Schmelzkäse. Das heißt, ich probiere es jetzt nochmal mit Schmelzkäse. Den mag ich eigentlich gar nicht, deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. Ja, Käse ist viel flüssiger. Fast schon so wie Nachokäse. Ich würde sagen, mit Gouda und Cheddar ist besser. So, als nächstes gibt es Falafel. Und bei Falafel war es echt schwierig, die Nationalität zu recherchieren. Ich habe gelesen, Ägypten soll der Ursprung sein. Aber viele schreiben auch Libanon, Israel. Wir nehmen einfach mal alle drei Flaggen. Ich habe mich hier für so ein klassisches Fladenbrot aus dem türkischen Supermarkt entschieden. Für die Joghurtsauce nehme ich einfach Joghurt, Salz, Pfeffer, Knoblauch und ein bisschen Zitrone. Dann schnappt man sich eine Gabel und fischt die Kerne wieder raus, weil man zu doof war, das in der Hand auszudrücken. Und dann macht man sich an den Rest von der Füllung. Ein bisschen Minze, ein bisschen Koriander, alles schön klein hacken. Und dann noch Tomaten und Gurken klein schneiden. Eine Pfanne vorheizen, Falafel rein. Ja, okay, ich habe die fertigen aus der Packung verwendet. Aber mir ist das immer ein bisschen zu viel Aufwand, die selber zu machen. Und die aus der Packung sind auch echt gut. Naja, dann könnt ihr schon zusammenbauen. Ein bisschen Tahin unten rein. Vorsichtig sein, das ist sehr intensiv. Die ganzen grünen Sachen, die Falafel, Joghurtsauce, fertig. Boah, na mega. Bei Minze und Koriander kann man nichts falsch machen, wenn man auch viel benutzt. Super fresh. Ist echt schnell gemacht, wenn man die fertigen Dinger benutzt. Habe jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht oder so. Ein bisschen mehr Soße kannst du das vertragen, aber ich habe ja noch. Als nächstes fahren wir gar nicht so weit. Gerade so 50, 60 Kilometer in die Richtung. Ich kann ihn, ja, ich habe ihn in die richtige Richtung gezeigt. Nämlich das Nachbarland, das mir hier am nächsten liegt, Frankreich. Bei Frankreich hat es mich echt überrascht, dass ausgerechnet das das simpelste Sandwich auf der Liste ist. Jambonbeur heißt das. Aber ja dann doch nicht so simpel, weil ich versuche mir hier die besten Zutaten rauszusuchen. Dann müssen wir mal gucken. Wobei, wenn ich so fahre, dann bin ich sogar noch schneller dort. Es ist nämlich einfach bloß Schinken auf Baguette und ich habe mir jetzt mal drei Sorten Schinken gekauft und gucke einfach mal, welches der beste ist. Ist ja dann auch persönlicher Geschmack. Hm, war schwierig zu sagen. Ich würde fast sagen, der ist saftiger. Die sollen auf jeden Fall saftig sein. Das ist jetzt vom gleichen Metzger nochmal Kräuterschinken. Ich würde sagen, der Kräuterschinken ist am besten. Geil. Versucht auf jeden Fall das beste Baguette zu kaufen, das ihr bei euch in der Region kriegen könnt. Schneidet euch das Stück ab, das ihr essen wollt. Und dann schneidet es nur so zur Hälfte auf, damit es auch schön unnötig kompliziert ist, das zu bestreichen. Kleiner Profitipp noch, den ich mir bei Amdong abgeguckt habe. Reibt das Baguette mit Knoblauch ein, dann kriegt ihr nochmal so einen extra Geschmack. Dann kommt der Schinken rein, so fancy wie möglich und so viel wie möglich, weil wir sind in Frankreich und da spart man nicht mit guten Lebensmitteln und ihr seid fertig. Sieht schon mal nicht verkehrt aus. Ja. Ist halt Baguette mit Schinken, ne? Baguette ist mega gut. Da müsst ihr echt gucken, dass ihr zum guten Bäcker geht. Hm. Viel Butter hilft viel. Ein gutes französisches Rezept. Ist jetzt natürlich nichts weltbewegendes, aber es schmeckt halt einfach gut. Als nächstes fahren wir einfach rüber auf die andere Seite von Deutschland, nämlich zu unseren Nachbarn im Osten nach Tschechien und machen Das kenne ich sogar schon, weil ich mal in Prag Urlaub gemacht habe und das ist echt lecker. Hierfür braucht ihr auf jeden Fall ein schön weiches Baguette. Ich habe dafür ein Aufbackchabatter aus dem Supermarkt verwendet und extra bei Umluft aufgebacken. Und dann braucht ihr Kartoffelsalat. Der wird wie Butter aufs Brot gestrichen. Und für den Belag nennt man Schinken, Salami und Käse und richtet das so fancy wie möglich an. Mit der Salami habe ich so einigermaßen hinbekommen, solche Röschen zu formen. Der Käse wollte dann nicht ganz so, wie ich wollte. Essentiell sind dann noch zwei Scheiben Ei und ein bisschen Gewürzgurke. Man kann das Ganze aber auch vegetarisch machen, einfach bloß Käsesorten verwenden. Ich habe jetzt Gouda und Camembert genommen. Und dann ist es eigentlich genauso geil wie mit Wurst. Teller werde ich brauchen, weil die Hälfte hier drunter fallen. Ich weiß noch, in unserem Prag Urlaub haben wir das fast jeden Mittag zum Mittagessen gegessen, weil diese Bäckereien gibt es an jeder Ecke. Es gibt mega viel Vielfalt. Die haben eine riesen Auswahl von den Dingern. Und es ist günstig und schmeckt einfach mega gut. Und man kann es halbwegs so unterwegs auf die Hand essen. Hm, ganz geblieben. Ey, es ist mega simpel, aber es ist sau gut. Ja, ist geil. Und ich bin nicht mal ein großer Fan von Kartoffelsalat, aber hier ist halt einfach auch nicht so viel drauf. Und irgendwie, hier esse ich ihn gern. Aber wenn ihr Kartoffelsalat so gar nicht mögt, könnt ihr auch einfach Butter nehmen. Vegetarisch schmeckt auch gut. Warum habe ich jetzt jetzt angefangen, mir das zu Hause zu machen? Das ist echt wie im Urlaub, ey. So, und jetzt geht es nach Indien. Wir machen Vada Pau, je nach Quelle sogar, das beliebteste Streetfood in Indien. Und ich bin echt mal gespannt, weil das ist das aufwendigste Rezept von allen Sachen, die ich rausgesucht habe. Aber heute ist Sonntag, wir haben Zeit. Das machen wir mal. Also ich habe mich dazu entschieden, die Burgerbrötchen auch selbst zu machen, weil ich die aus dem Supermarkt einfach immer ein bisschen enttäuschend finde. Dazu schmelzt man erstmal ein bisschen Butter in Milch. Dann braucht man Mehl, Eier, Zucker und Salz. Dann kommt die Hefe in die warme Milch. Die warme Milch kommt in die andere Mischung und dann wird Gewürz. Dann formt man eine Kugel und lässt sie eine Stunde gehen. Wie gesagt, die genauen Rezepte gibt es in der Videobeschreibung. Ich habe dann so eine Wurst geformt und acht gleich große Stücke gemacht. Ein bisschen platt gedrückt und dann wieder gehen lassen. Dann mit ein bisschen Eigelb und Sesam bestrichen und dann kam es in den Backofen. Okay, jetzt aber zum eigentlichen Wadda Pau. Dazu kocht ihr erstmal ein paar Kartoffeln und stampft die mit einer Gabel klein. Dann fällt euch ein, dass ihr ja so einen Kartoffelstampfer habt und macht damit den Rest. Dann schneidet ihr viel zu viel Koriander klein und gebt es mit in die Masse. Ich glaube, mein Rezept hat hier echt übertrieben. Weniger reicht hier absolut aus. Dann noch eine klein geschnittene Chilischote und probiert mal, die sind echt scharf. Sag ich doch. Als nächstes verdrückt ihr Ingwer mit Knoblauch. Das Ganze wird in der Pfanne angedünstet. Dazu noch Kurkuma, Shad Masala und Korianderpulver. Dann mit Wasser ablöschen und dann riecht eure Bude so geil nach indischem Essen. Allein wegen dem Geruch lohnt sich's. Dann kommt das Ganze an die Kartoffeln, noch ein bisschen Salz und ihr könnt anfangen eure Bällchen zu formen. Die sind bei mir sehr weich geworden. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich festkochende Kartoffeln genommen hätte. Dann können wir den Teig zum Frittieren machen. Oh ja, es wird frittiert. Es gibt Kichererbsenmehl, Backpulver, äh, was war das? Ach man, das geht zu schnell. Kichererbsenmehl, Backpulver, Kurkuma, Cayennepfeffer, Salz, Ingwer, Wasser. So, in meinem Rezept war aber viel zu wenig Wasser. Das muss ja ein bisschen dünnflüssiger sein, wenn ich damit frittieren will. Also habe ich einfach noch mehr Wasser dazu gemacht. Hier sieht man jetzt auch mein Hauptproblem, das ich mit dem Rezept hatte. Die Kartoffelmasse und der Teig zum Frittieren hatten fast die gleiche Konsistenz. Und deswegen war es sehr schwer, das irgendwie zusammenzukriegen, ohne dass das alles auseinanderfällt. Ich glaube, ich hätte besser festkochende Kartoffeln verwenden sollen. Weil ich da noch ein bisschen Teig übrig hatte, habe ich den einfach so frittiert und das war dann auch ganz geil. Puh, so, anderthalb Stunden habe ich jetzt gebraucht. Der Teig war einfach viel zu weich, als ich den so reingedippt habe, hat er einfach, der ist mir fast auseinandergefallen. Naja, bauen wir mal zusammen. Brötchen sind ganz gut geworden. Mango Chutney, habe ich noch nie gehabt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel. So, dann nehme ich mir hier so einen. Fokussiert er nach vorne, ist jetzt egal. Ah, ist heiß. Nehme ich hier noch so ein bisschen drüber. Dann benutzen die noch Chili Chutney, habe ich nicht gefunden. Ich benutze jetzt einfach mal Serracha. Aber nicht zu viel, ich will ja den Geschmack nicht so groß verändern. Ja, doch. Oder? Es hat halt keinen Crunch, das ist halt echt schade. Beziehungsweise nur ein bisschen. Und Koriander ist definitiv zu viel, aber es ist nicht so extrem, wie ich befürchtet hatte. Halt mega intensiv, wegen den ganzen Gewürzen und dem Ingwer, der da drin ist. Also es ist schon geil. Und was noch ein Bonuseffekt ist, durch das ganze Gewürzefrittieren hier und das Vada Pau Frittieren da, ist jetzt der Boden so fettig, ich kann mir die Eiskunsthalle sparen. Zum Abendessen geht es gerade wieder zurück. Nicht in die EU, aber nach Europa, nämlich nach Großbritannien. Welsh Werebit gibt es. Ich denke mal Werebit, aber es heißt Werebit. Ein walisisches Gericht isst man aber wohl in ganz Großbritannien. Das ist der Union Jack, ne? Ich nehme einfach mal beide Flaggen. Die Flagge von Wales sieht nämlich auch sehr cool aus. Und den Union Jack hatte ich jahrelang im Zimmer hängen, also Flaggen können die schon mal da drüben. Die Grundlage ist geriebener Cheddar-Käse und ein Eigelb. Nicht das Eiweiß, nur das Eigelb. Und normal geht mir das beim Trennen immer kaputt, aber diesmal habe ich es direkt beim ersten Versuch hinbekommen. Nice. So ein Esslöffel Senf, einen Schluck Sahne, Pfeffer und manche benutzen noch diese Wischester-Soße. Ich habe die noch nie gehabt, deswegen habe ich die erstmal probiert. Hm. Bäh. Ja, und mich dann entschieden, die wegzulassen. Kommt auch nur in manchen Rezepten vor. Dann streicht man die Masse auf Weißbrotscheiben und dann kommt es ohne Backpapier in den Backofen. Ich habe natürlich mitgedacht und unten in den Backofen Backpapier reingelegt. Die Masse, die runtergetropft ist, ist aber voll angebrannt und das war nicht so clever. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das sieht, glaube ich, ein bisschen so aus, als wäre es zu viel Ei. Aber ich wollte jetzt nicht so viel Käse verwenden, weil ich nicht so viele machen wollte. Aber so nach den Bildern habe ich das Ei-Käse-Verhältnis jetzt nicht ganz getroffen. Aber unten ist kross geworden. Naja. Boah. Schmeckt ganz anders, als man es erwartet. Ich glaube, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich bin noch nicht so 100% überzeugt. Aber vielleicht war es auch, weil ich zu viel Ei genommen habe. Aber ist nicht schlecht. Grillcheese ist aber besser. Ihr erkennt es vielleicht schon am Basilikum. Als nächstes geht es nach Italien. Ich mache mir ein Panini, aber nicht mit Schinken. Man macht das wohl klassischerweise mit Schinken. Hatte ich keine Lust zu. Wir machen ein Panini Caprese. Also Tomate, Mozzarella. Dafür habe ich so ein Giabatta-Brötchen genommen und erst mal unten ordentlich Pesto draufgestrichen. Dann Mozzarella und Tomaten kleingeschnitten. Wichtig beim Mozzarella, das erste Stück immer selber erst mal probieren. Qualitätskontrolle und so. Das Ganze habe ich versucht, dann möglichst schick da irgendwie so reinzudrapieren. Und ja, passt einigermaßen. Noch ein bisschen Pfeffer drauf, ein bisschen Olivenöl. Und dann richtig, richtig viel Basilikum. So viel wie geht. Und dann sieht es so schon richtig geil aus. Aber wir sind noch nicht fertig. Wenn ihr keinen Kontaktgrill habt, dann könnt ihr das in so eine Pfanne tun. Und dann mit einem heißen Topf von oben beschweren. Dann habt ihr den gleichen Effekt wie bei einem Kontaktgrill. Ich habe aber das Glück, dass ich mir einen Kontaktgrill bei meiner Oma ausleihen kann. Und das Kabel sieht noch in Ordnung aus, oder? Ich habe dann ein bisschen die Power von dem Kontaktgrill überschätzt. Und hatte Angst, dass es mir verbrennt. Und habe es ein bisschen zu früh runtergeholt. Also das ist so ein bisschen Übungssache. So, Tomate-Mozzarella-Sandwich habe ich mir natürlich schon mal gemacht. Aber ich habe mir noch nie die Mühe gemacht, das auch so zu grillen. Ich glaube, es macht nochmal einen Riesenunterschied, dass ich da Pesto drauf gemacht habe. Sau gut. Auch super frisch im Vergleich zu vielen von den anderen Sandwiches. Sau gut. Ich bin so froh, dass ich mich dazu entschieden habe, da auch noch Pesto drauf zu machen. Ich glaube, es schmeckt viel intensiver. Ich hatte auch ein bisschen Angst, dass mein Brötchen zu hart ist. Aber es ging voll. Es hat trotzdem diese flache Form bekommen, wie man es vom Panini gewöhnt ist. Als nächstes checken wir mal Kuba ab. Das Sandwich heißt nämlich The Cuban. Und das ist ein kleiner Trick von mir, die USA hier doppelt reinzubringen. Weil eigentlich ist das Sandwich von kubanischen Einwanderern in Miami erfunden worden. Also es ist so ein bisschen so eine Döner- und Deutschland-Geschichte. Aber es ist schon eher dann Kuba, oder? Ja. Ohne die Kubaner wäre es ja nie erfunden worden. Ich bin schon total heiß auf das Sandwich, weil das kenne ich aus dem Film Chef von John Favreau. Richtig guter Film. Dafür braucht ihr jetzt auch wieder ein weiches Brötchen. Und viele Rezepte benutzen dafür so Hotdog-Brötchen. Aber die finde ich ja nicht so geil. Ich habe das große Glück, dass mein Bäcker so Milchbrötchen anbietet. Die sind so ein bisschen Prioche-mäßig. Normal sind die auch heller. Also es soll auf jeden Fall ein helles, weiches Brötchen sein. Dann heizt ihr eine Pfanne und euren Kontaktgrill vor. Und der Kontaktgrill wird ordentlich mit Butter eingerieben. Jetzt röstet ihr die Brötchen so ein bisschen in der Butter. Dann kommen Schinken- und Schweinebraten in die Pfanne und werden da so ein bisschen angebraten. Während das brutzelt, könnt ihr das Brötchen schon mal mit Senf bestreichen. Dann kommt die Wurst auf das Brötchen. Dann natürlich noch ein bisschen Käse dazu. Und dann noch essentiell ein paar Gewürzgurken. Das Ganze kommt dann wieder in den Kontaktgrill. Und jetzt kommt der Clou. Auf das Brötchen obendrauf streicht ihr nochmal dick Butter obendrauf. Mehr Fett ist mehr Geschmack. Ja, dann grillt ihr das so ein bisschen. Und dann, wenn der Käse geschmolzen ist, ist es gut. So, jetzt bin ich echt mal gespannt. Schweinebraten mag ich eigentlich gar nicht so sehr. Boah. Alter, das ist wirklich, wirklich gut. Durch den Senf und die Gurke bekommt es fast so Burger-Charakter. Käse geil, Fleisch geil, mega gut. Das hätte ich nicht erwartet, weil ich bin eigentlich kein großer Senf-Fan. Aber hier harmoniert der voll gut. Ich glaube, ich muss mir noch ein paar Brötchen holen gehen. Also Cubano, sehr zu empfehlen. Vorletztes Sandwich und letztes Sandwich, das nochmal ein bisschen aufwendiger wird. Es geht nach Trinidad und Tobago und wir machen Doubles. Hier muss man den Teig jetzt selber machen. Dafür erstmal Hefe in warmem Wasser auflösen. Ein bisschen Zucker dazu, dass die Hefe was zum Arbeiten hat. Dann stellt man fest, dass man die große Schüssel für den eigentlichen Teig braucht. Deswegen schichtet man nochmal um. Und hier kommt rein Mehl, Salz, Kurkuma, Kreuzkümmel und Pfeffer. Dann die warme Hefeflüssigkeit mit dem Rest verkneten. Und dann feststellen, oh, das ist ein Teig, den man wohl mit der Hand kneten muss. Mit der Hand kneten, bis man verzweifelt, weil es einfach nicht zusammenhalten will. Ich habe dann einfach noch ein bisschen mehr Wasser dazu gegeben, weil es einfach nicht zusammenhalten wollte. Auch nach 10 Stunden, 10 Minuten kneten. Gefühlt 10 Stunden. Und der Sound ist echt eklig. Und dann ein bisschen ruhen lassen. Für die Füllung braucht man Zwiebeln, die werden erstmal angedünstet. Dann eine zähe Knoblauch, Curry und Kurkuma-Pulver und dann mit ein bisschen Wasser ablöschen. Dann kommen die Kichererbsen da rein und dann noch die anderen zwei zähen Knoblauch, die ich vorhin vergessen habe. Ich habe nämlich gedacht, es wäre nur eine, aber im Rezept stehen drei. Das Ganze wird ein bisschen köcheln gelassen und dann mit richtig viel Wasser weich gekocht. Man muss es auch recht lang köcheln lassen, so 20 bis 30 Minuten. Das mache ich aber auf dem normalen Herz, sonst habe ich beim nächsten Mal Camping kein Gas mehr. Jetzt können wir uns wieder unserem Teig widmen. Den erstmal noch ein bisschen durchkneten und dann 18 gleich große Stückchen formen. Dann müsste das Ganze ausgerollt werden. Es darf ruhig Risse haben. Also es geht beim Frittieren nochmal ein bisschen auf. Oh ja, es wird wieder frittiert. Ich habe es so ein bisschen ausgerollt und dann nochmal mit der Hand breitgezogen, damit sie schön flach sind. Dann Öl erhitzen und das Ganze frittieren. Und ich glaube, ich habe ein bisschen zu lang frittiert, weil ich gewartet habe, bis sie goldbraun waren. Und sie waren dann ein bisschen zu hart. Also vielleicht frittiert ihr ein bisschen kürzer. Es waren jetzt anderthalb Stunden und vorher nochmal so eine halbe, um den Teig zu machen. Alter, und allein für den Anblick hat es sich schon gelohnt. Lauter frittiertes Zeug. Zwei Löffel von der Kichererbsenmasse. Mango Chutney. Dann nochmal so ein Fladen drauf. Deswegen heißt es Doubles. So, und dann hält man das so U-förmig. Meine sind gar nicht so weich. Bricht alles auseinander. Man könnte im Prinzip die Fladen schon so als Chips essen oder so. Die ist schon mega gut. Richtig geil. Die ist sogar vegan. Super geil kross und die Füllung ist dann mega saftig und würzig. Aber die Fladen an sich sind auch schon mega würzig. Also, geil. Es hat Spaß gemacht, das zu machen. Ich weiß jetzt schon, so circa in einer halben Stunde geht es mir schlecht. Weil ich viel zu viel davon essen werde. So, das letzte Sandwich. Und euch ist vielleicht aufgefallen, dass wir noch gar kein deutsches Sandwich gemacht haben. Und keine Angst, ich komme euch jetzt nicht mit Toast Hawaii, wie in den anderen Videos mit dem Thema. Sondern wir machen einen strammen Max. Ich finde, strammer Max klingt immer so ein bisschen unappetitlich, weil das klingt so ein bisschen nach Krankheit. So, oh, wann kommt denn der Torben? Ah, der bleibt heute zu Hause. Der hat einen strammen Max, du. Und ich weiß noch, dass meine Großeltern das häufig gemacht haben und ich das aus dem Grund nie haben wollte, wenn die mir das angeboten haben. Wobei, wenn ich es dann gegessen habe, hat es mega gut geschmeckt. Und jetzt vor so zwei, drei Jahren saßen wir mal zufällig bei einem Weinfest gegenüber von Großeltern von einer Freundin von uns. Und die haben sich stramm Max bestellt, konnten es nicht fertig essen, haben es mir angeboten. Und seitdem mache ich mir das mindestens einmal im Monat, weil das einfach so ein geiles Ding ist. Es ist mit Schinken und den habe ich häufig nicht im Haus. Also wenn ihr Vegetarier seid, könnt ihr den Schinken auch einfach weglassen und es ist trotzdem geil. Das ist jetzt super einfach. Ihr macht erstmal zwei Spiegeleier und während die beiden Spiegeleier braten, nehmt ihr Schwarzbrot. Und zwar einfach euer Lieblingsschwarzbrot. Ich nehme jetzt hier so ein Roggenmischbrot, Hauptsache die Kruste ist schön kross und knackig. Das Ganze belegt ihr mit Schinken und Käse und das wird dann im Backofen überbacken. Dann kommt das Spiegelei drauf. Fertig ist das Ding. Ich mache das immer so rum, weil mein Elektroherd quasi langsamer ist als mein Backofen, aber mit dem Gasherd ist es eigentlich genau andersrum. Wichtig ist, dass das Eigelb vom Spiegelei noch schön flüssig ist. Weil dann könnt ihr nämlich euch ein Stück von dem strammen Max abschneiden und in das Eigelb tunken und das ist so, so geil. Ey, ich habe wirklich gedacht, dass mein Fazit zu strammer Max jetzt ein bisschen schlechter ausfällt, wenn ich jetzt so viele geile andere Sandwiches probiert habe. Ah, das ist einfach so gut, ey. Ultroniker. Wenn es euch da so geht wie mir und das Gericht bei euch total in Vergessenheit geraten ist, oder vielleicht kanntet ihr es sogar noch nie, ey, dann macht es auf jeden Fall. Das ist so geil. Und auch voll simpel. Super schnell gemacht. Einziger Nachteil ist halt, man muss es mit Messer und Gabel essen, aber kann nicht alles haben. Man kann natürlich jetzt Spiegelei so durchbraten, dass das Eigelb auch durch ist und dann kann man es aus der Hand essen, aber dann ist es auch nicht so gut. Was war jetzt mein Lieblingssandwich aus der Woche? Ich würde fast sagen, das ist immer noch ziemlich weit oben an der Spitze, aber Grilled Cheese war auch mega geil. Panini habe ich noch nie so auf die Art gemacht, das war auch fett. Doubles und Vada Pau war cool. Da muss man halt ein bisschen länger kochen. Falafel, so viel mit Minze und Koriander habe ich auch noch nie gekocht. Oh, Klebishek. Ja, das ist auch richtig geil gewesen. Auch super simpel und das habe ich mir zu Hause nie gemacht. Das werde ich auch in Zukunft öfter machen. Okay, beim letzten Mal habe ich den Tisch hier gebaut und wie sich herausgestellt hat, hat es sich sehr gelohnt. Wir haben hier auch schon zu zweit irgendwie dran gebacken und so und dann kann der eine von der Seite und der andere von der Seite. Super. Eure Kommentare waren auch hilfreich. Viele haben gesagt, dass hier Olivenöl das falsche Öl war und man sieht es hier jetzt auch so ein bisschen, so ein paar Flecken von den Gewürzen hat es schon. Wahrscheinlich schleife ich da nochmal drüber und mache nochmal ein anderes Öl drauf. Der Kernsens schreibt, ich liebe es, wie du auf den Beat geschnitten hast. Bin erleichtert, dass es auffällt. Matthias zitiert mich, untenrum wirkt es ein bisschen mächtig. Sätze, die man nicht so oft hört. An was ihr schon wieder denkt. Man wird immer aus dem Kontext gerissen. Und Paul fragt, ob ich mal Siebdruck ausprobieren kann. Nächste Woche kommt, was das nicht Siebdruck ist, aber das so in die gleiche Richtung geht. Ich hoffe, dass es nächste Woche kommt. Könnte ein bisschen viel Arbeit werden. Naja, jetzt lasse ich aber erstmal in Ruhe zum Mittag und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020